das hat schon was die spende an den maschinen bräuchten wir noch nicht mal so jetzt brauchen wir splitter genau genau ist die mitte m 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 Anschließend tun wir aber noch nicht alle. Ich schließe mal vier Stück an, wenn wir zurecht kommen. So, jetzt ein paar Obachter. So, einmal Deckel drauf. Irgendwann eine Wand in der Nähe. So, haben wir da eine. Und zack. Eins, zwei, 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 vier. Denk ich mal. Ja, passt. Strom müssen wir jetzt noch holen. Jetzt muss ich irgendwie noch einen Strom heraufkriegen. Da geholt, den haben wir uns von unten. Dann muss ich sogar den machen. Aber den brauchen wir noch nicht. So. Das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Ähm. Was fühlst du da? Da in die Mitte. Da drauf. Ja. Kliemann. So. Ja. Ja. Schön. So. Haben wir den Strom. Was wäre der hier? Nicht egal, welche Seite man hier. Nicht egal, welche Seite man hier. Das ziehen wir immer noch nicht durch. Ziehen erstmal bis dahin. So. Wo gewohnt wird das Fließband? Da nicht. Auch nicht. Ah, das Fließband. Mal eins. Zwei. 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 Und vier. So. Mal vier Stück anschlossen. Dann gehen wir jetzt hier vorne. Oh. Müsste eigentlich gehen, denke ich. Das geht nicht. Warte. Ja. Hier zu. Da hin. Jetzt sind wir wieder. Ja. 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 Einer. Ja. Light add add attach provents. Einem die Annemie. Da ist der Platz. Vereinen Chefer. nein der ist da kommt der da irgendwo hin hast du nicht so und unter nehmen wir mal den regulären weg nach unten ich will eine etage tiefer da müssen wir jetzt eigentlich hin hier irgendwo sind wir Musst er hier irgendwo sein? Nicht da, ist der auf der Seite, oder? Da hinten, guck doch was. Da ist er zu. Das ist natürlich wieder ganz blöd hier. Das könnte aber gehen. Können wir jetzt den? Ja, aber das geht ja ins Lager vor. Da können wir eigentlich mitfahren. Theoretisch. Ist er denn den hier neben? Ja. Ich passen ganz. Okay. 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 So. Das heißt, wir müssen. Was ist der? Eins. Zwei. Ja. Das ist der richtige. Der geht bis dahin. Sehr schön. Ich muss das auf den hier schmeißen. Ich muss jetzt mal gucken, wo die Motoren überhaupt drin haben. Zack. Äh, Motoren. Wo haben wir sie denn? Hier. Da sind die Motoren. Gut. Okay. Das könnte sogar noch gesund sein, was? Äh, die 5. Da. Okay. Mal runter. Oh, da gehen wir gleich hin. Geh mal den kurzen Weg. Ah ja, neben den Schrauben. Gut. Ich wollte neben den Schrauben. Mal Kontrolle machen. Wohl. Ja, neben den Schrauben. Wer hätte es gedacht. So. Und da. Okay. Da müssen wir hin. Können wir das Band hier nutzen, ne? Ja. Können wir nicht nutzen. Das ist nicht so, dass die Geltung am Weg ist. So. Oh. Wir müssen... Was für den hinteren haben wir es mal hin. Ne. Die Seite. Genau. Da hätten wir den im Weg. Wäre blöd. Äh. Da kommen wir runter. Gehen wir hier auf die Mitte. Ein bisschen weiter vor, glaube ich. Ne. Wir können ja da noch einen Splitter reinbauen. Ne. Ah. Ah, das ist nicht... Das passt nicht. Das könnte passen. Ah. So. Das ist jetzt der. Der. Der letzte hier. Zwei. Eins, zwei. Ah. Okay. Und wir müssen dann... Auf welcher Höhe durch? Da kommen wir nicht durch. Hm. Schau mal. Da kommen wir nicht durch, ne? Jetzt wäre ich hier. Ja, theoretisch kann man es schon machen, aber... Nö. Nein. 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 dann da müsste ich gleich wieder hochgehen ja so weit wie es geht so schnell wie es geht hochkommen jetzt gut ist nicht gut die höhe ist blöd ist einmal da runter von der seite ist der 2 und die kabel eigentlich ja da kommt die eier hat es doch genau da wo ich hin will ja so da muss man hin da können wir nämlich hier die höhe da das wird es nicht ganz gerade so wie es aussieht aber ist egal so ja so eigentlich wollte ich ja da rein egal ja jetzt ja wir gehen da rein und gucken wir mal wo wir rauskommen das wird sogar passen oder ja na unterblieben hübsch ich bin auf der rechten seite ja das sieht doch schon wieder gut aus ja muss ich bloß gucken wo haben wir denn die motoren da geht die motoren rüber und da hoch das ist wieder so schwierig jetzt muss doch hier irgendwo sein ich glaube ja ja so welches fließband haben wir jetzt gerade gebaut wo ist der ah ja alles klar das wieder weg äh das wieder weg das wieder weg können hier ganz hoch gehen ist da jetzt müsste das so sein das wieder weg so wir haben motoren geschlossen schon ein schöner sprung wir gucken wir mal hoch ob man da nicht vielleicht ein zwei maschinen nehmen können äh strukturen äh ach ja so dann plus bauen wir hoch dann und dann und dann dann Oh da brauchen wir noch. Meter brauchen wir noch. 60. 60. Rechte Wunder nicht. Hey. Doch, die sind zu hoch. Wie hoch sind wir? Gehen wir mal zwei runter. Aus. Passt. So. Protonen. Zweites. Wie. Okay. Was staut sich? Ah ja. Protonen brauchen wir. Protonen geht sehr schlicht. Die brauchen wir ja hier. Hängt an Schrauben. Da fühlt sich sehr langsam. Aber wir brauchen eindeutig mehr Schrauben. Jetzt gucken wir mal was wir jetzt schon haben an Motoren. So ich mein Auto. Stand da hier irgendwo rum. So. Vor allem gucken wir mal was wir jetzt an den Coupons haben. been. Alter. Jetzt ist. Wir müssen echt die Fliessbänder wegreißen. So. Mutren. Ich weiß nicht. Au. Der ist ein. Der ist ein. Der ist ein. Okay. Zack. Okay.